Sehnsucht, mit ihr hat alles begonnen. Sie ist es, die uns an unsere Träume glauben lässt. Sie ist unser Antrieb. Sie verleiht unseren Ideen Flügel. Mit Mut, Offenheit und Aufmerksamkeit erkennen wir die Herausforderung, die vor uns liegt. Werden wir etwas Außergewöhnliches erschaffen? Dann ein Funke, ein Einfall, die Vision. Wir geben ein Versprechen ab. Wir werden etwas Nachhaltiges schaffen. Etwas, das bleibt. Aber wie? Wir entwickeln einen Fahrplan, der uns hilft, die richtigen Schritte zu setzen. Wir sichern uns ab, finden Wegepferden und brechen auf ins Unbekannte. Das Feuer ist entfacht. Die Reise beginnt. Die Erfahrung, auf der wir aufbauen, fühlt sich stabiler. Unsere gemeinsamen Werte tragen uns. Und das Vertrauen in uns wächst mit jedem Schritt. Wie weit uns die Sehnsucht schon gebracht hat. Wir denken an das Feuer, das einst ein Funke war. Wir fühlen uns stark und gehen den nächsten Schritt. Unser Versprechen einlösen und auf Nachhaltigkeit bauen. Am Ziel angekommen halten wir inne und erkennen, was alles noch vor uns liegt. Wir ermüden nicht, wir ermüden nicht, sondern erschaffen Lebensräume für uns und die Generationen, die nach uns kommen. Unsere Zukunft ist hier, weil wir unsere Verantwortung ihr gegenüber erfüllen, weil wir unsere Vision nie aus den Augen verlieren und über uns selbst hinauswachsen. Wir bringen Menschen zusammen, die mit uns an Träume glauben, unsere Werte teilen, die Sehnsucht spüren. Das Feuer brennt weiter. Es warten neue Herausforderungen. Das Feuer brennt weiter. Es ist hier, weil wir unsere Werte teilen, die Sehnsucht spüren, die Sehnsucht spüren.